Lieber David, ich bin kein Fan von Rom-Coms, aber irgendwie erinnert mich mein Verhältnis zu deiner Arbeit an den typischen Story-Verlauf dieses Film-Genres. Am Anfang ist da ja immer das Kennenlernen. Irgendwann vor 5 oder 6 Jahren stieß ich auf den Giga Games YouTube-Kanal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es mich dorthin verschlug, aber ich fühlte mich sehr schnell wohl. Ich mochte die Themen, den Radio Giga Podcast und vor allem mochte ich die Menschen, die vor der Kamera und hinter dem Mikrofon agierten. Der Humor der damaligen Giga-Crew ist für diverse lang andauernde und Bauchschmerzen auslösende Lachkrämpfe auf meiner Seite verantwortlich. Ich erinnere mich gerne an die Failplays von obskuren Simulatoren oder eure Besuche diverser Messen und schaue mir das ein oder andere Video auch heute noch an. Giga machte mir Spaß, es half mir in einer nicht ganz einfachen Phase meines Lebens und durch deine sehr direkte No-Bullshit-Art und deinen Humor stachst du für mich immer wieder heraus. Als du dann deinen Abschied von Giga verkündet hast, war das für mich ein Schock. Zu diesem Zeitpunkt habe ich zwar schon deutlich weniger Videos von Giga geschaut und irgendwie hatte man als Zuschauer auch das Gefühl, dass da was im Argen war. Dein Abgang und der folgende Zerfall der Truppe, die mir so ans Herz gewachsen war, taten mir trotzdem irgendwie weh. Mittlerweile kenne ich die Gründe für deinen Abgang und die Abgänge der anderen. Ich kann sie vollkommen verstehen und ich bin glücklich darüber. Was wäre uns nur allen entgangen, wenn Tom und Robin nicht Hook gegründet hätten? Und was würde uns allen fehlen, wenn du nicht Behind gestartet hättest? Ich habe mich sehr gefreut, als du mit deinem eigenen Kanal und irgendwann auch mit der High-Five-Kooperation wieder auf meinem YouTube-Radar aufgetaucht bist. Ich freute mich darauf, wieder mehr von diesem Menschen zu hören, dessen Meinung und Humor ich so zu schätzen gelernt hatte. Ich war gespannt auf das, was du auf deinem Kanal produzieren würdest. Nach einer anfänglichen Euphorie merkte ich dann aber irgendwann plötzlich, irgendwie macht es bei mir nicht Klick. Irgendwie fand ich eine Menge von dem, was auf deinem Kanal stattfand, einfach nicht gut. Ich konnte mit Top-10-Videos und News-Formaten nicht viel anfangen, auch wenn mir der Mensch hinter all dem immer noch sympathisch war. Ich brachte es allerdings auch nie übers Herz, dich zu deabonnieren. Bei anderen Kanälen hätte ich das vermutlich sehr schnell gemacht, denn hin und wieder gab es Lichtblicke und diese Lichtblicke waren hell. Videos wie dein Hintergrundbericht zum Arbeitsalltag eines YouTubers kannte ich in der Form nicht. Ich war begeistert. Wenn das hier alles ein Rom-Com wäre, dann wären wir jetzt trotzdem an einer Art Tiefpunkt, die typische Krise, die irgendwann kommen muss. Und dann kam ein Satz von dir, der in der Rom-Com ein noch tieferes Tief auslösen würde, in diesem Fall aber das metaphorische Auflammen der alten Liebe war. Schluss damit. Es war Mitte 2015 und der Titel ließ Böses erahnen. Das Video dahinter war aber genau der Grund dafür, dass ich wieder anfing, regelmäßiger deine Videos zu gucken. Selbst reflektiert und selbst kritisch hast du in dem Video offengelegt, was dich an deinem eigenen Kanal stört und was du in Zukunft für Videos veröffentlichen willst. Es schien so, als hättest du dich auf gewisse Weise selbst wiedergefunden. Das Gefühl wurde für mich dann durch eines der besten deutschen YouTube-Videos, die ich kenne, bestätigt. Das erstaunliche Leben des Fabian Siegesmund. Nachdem ich das Video zu Ende geguckt hatte, saß ich eine Zeit lang still in meinem Zimmer und ein Gedanke ging mir nicht aus dem Kopf. Warum gibt es Videos wie dieses nicht viel öfter? Warum kann YouTube nicht immer so sein? Der Web-Videopreis und die Lobpreisung für das Video sind mehr als verdient. Über das folgende Jahr hinweg genoss ich deine Videos sehr. Gerade die aufwendigeren Produktionen waren immer wieder schön. Gerade in einer YouTube-Landschaft, die für mich immer unschöner wurde und irgendwann dazu führte, dass Finn und ich den Entschluss fassten, Ultralativ zu starten. Wir hatten fast ein halbes Jahr lang an Konzepten gearbeitet, überlegt, wie wir unseren Frust auf unsere eigene Weise zum Ausdruck bringen könnten und waren kurz davor, unser erstes Video zu veröffentlichen, als du in YouTube-Deutschland einen Erdbeben ausgelöst hast. Die Beschanzaufnahme, immer noch ein hervorragender Titel, drückte innerhalb von knapp 13 Minuten vieles von dem, was uns im Kopf herumschwirrte, aus. Sie war eine Initialzündung für diverse YouTube-Kritiker und für uns war es die Bestätigung dafür, dass wir das mit dem Kanal wirklich durchziehen sollten. Der letzte nötige Schubs sozusagen. Und sieh mal, wo uns das hingeführt hat. Unter anderem in deinem Jahresabschluss-Video 2016, was bei mir für eine weit heruntergefallene Kinnlade sorgte. Denn damit hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, als ich auf der Thumbnail klickte, in Erwartung, was da nun kommen würde. Es war sowohl für mich als auch für Finn eine riesige Ehre, ein solches Lob von dir zu bekommen. Dass wir dich gut zwei Monate später dann auch noch persönlich kennenlernen durften, war ehrlich gesagt surreal, aber eine durch und durch angenehme Erfahrung. Auch wenn in den letzten Monaten auf deinem Kanal nur hin und wieder Videos kamen, ich freue mich immer wieder, wenn sie in meiner Abo-Box auftauchen. Ich schaue viele Videos auf YouTube, aber wirklich genießen tue ich nur wenige. Deine gehören definitiv dazu. Wir sind jetzt am Ende der Rom-Com angelangt. Der kitschige Popsong, in unserem Fall Jazz, fängt im Hintergrund an zu spielen. Gleich kommen die Credits. Vor denen möchte ich mich aber noch einmal bei dir bedanken. Nicht nur für die großartigen Videos und deine selbstreflektierte, humorvolle Art, sondern auch für die Denkansätze und Ideen, die du mir immer und immer wieder gibst, sei es im Gespräch oder durch deine Videos. Ich habe von dir nicht nur Gedankenanstöße zu YouTube selbst bekommen, sondern auch dazu, wie ich privat mit der Plattform und dem Drumherum umgehen will. Danke für alles, dein Paul. PS. Es heißt ja immer, dass man seine Helden nicht treffen sollte. Bei mir hat das bis jetzt eigentlich ziemlich gut geklappt, vor allem, wenn mir einer dieser Helden vollkommen erwartet, an irgendeinem deutschen Bahnhof plötzlich von hinten auf die Schulter tippt. PS. Es heißt ja immer, dass man seine Helden vollkommen erwartet, PS. Es heißt ja immer, dass man seine Helden vollkommen erwartet,